So, Abwechslungsgleich. Willkommen zu einer neuen Folge von CSGO. In der letzten Folge war ich ein bisschen stinky. Mal gucken, wie es jetzt wird. Hast du wieder am Start? Ja, moin. Ein Noob. Da könnten die Maschen sein. Ach, Gott. Die sind wahrscheinlich schon bei uns bei nahe. Die können ja überall gammeln, ne? Ist ja alles ziemlich offen hier. Wow! Ich glaub, der war noch auf K gewesen. War noch auf K, ja. So, das weiß auch der andere, ob wir beide sind. Ja, auf jeden Fall. Wo? Er ist irgendwo da, wo man ihn sehen, oder? Alles klar. Ich hab keine Ahnung, wie man das nennt. On-Spot. Ja, das zum Thema Stray. Ist der hinten da oben gewesen? Ist der behindert? Und warum ist er so komisch runtergesprungen? Was ist klar? Ich glaub, der wollte einen Trickshot machen. Ja. Hast ja gesehen, wie das funktioniert. Wie ein Nuckel da. Da bin ich gar nicht. Das ist kein Fortnite. Wo man hier überall Trickshots machen. Ich platziere gleich mein Bouncepad und mach gleich einen Trickshot. Okay. Oh, ist anders. Sag mir, wo ich komm von hinten. Boah. Ja. Okay, ich fahr ganz langsam. Null. Null Steps. Er hat auf jeden Fall Hit. Wie das kein Headshot sein konnte. Ganz im Ernst. Ich hab mir voll die Rübel weckerauen. Putz. Und der Russe ist am Schreiben. Man kennt's. Ich komm jetzt auch mal... Also, wo gehst du lang? Ich geh hier lang. B und dann die Leiter runter eigentlich. Achso, da geht's ja auch lang. Ja, ich geh den Standardweg mal. Ja. Oh, sorry. Sorry. Jesus Christ, Alter. Hab ich dich getroffen? Ja. Wie viel? Neun. Na, das ist noch besser. Besser ist es für dich. Ey, aber wo sind die beiden? Ja, irgendwo on-spot. Wahrscheinlich oben im Glashaus. Ich kann mal reinschmeißen. Ja, 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 die sind doch ohne. Ein Nation! Ein Nation! Nein! Besonders du siehst... Der steht zwischen uns und du läufst dann die Treppen hoch. Ja, weil da auch einer war! Ja, ich dachte, du hilfst mir erst mal! Das hab ich doch am Ende! Ja, wow! Ich bin gestorben! Ja... Weißt du, der andere hat mich gar nicht auf den Bild schauen. Natürlich mach ich den da zuerst weg! Ich hatte kein Aim! Mit der Anziehungsverfahren kann ich noch nicht so viel! Hahaha! Alter, leck mich! Der eine steht dorthin und der andere steht zwischen den Zügen! Also der eine steht direkt bei dir! Oh, ich hab den! Der andere war wo? Ich weiß jetzt nicht, ob das der mit den Zügen war oder der wäre hier links entstand! Ich glaube, der mit zwischen den Zügen könnte jetzt überall sein! Nein! Der hat noch 40 ab! Ja, gut! Das ist machbar! Ne, ist direkt over! Ist direkt vorbei! Tschüss! So, ich geh mal A unten, damit ich mal ein bisschen wachsen kann! Nananana! Ich komm überall leider! Okay! Dann halt ihn nicht! Dann... Wo spotten die? Hinten! Die werden schon seine A haben wollen! Ach, Mann ey! Das ist auch wieder so unnötig gewesen! Arm-Skills vor dem Nichtwinde! Alles klar! Der andere ist hinten! Oh! Basti! Sei ein Mann! Mann! Ich hab kein Mann! Ich hab kein Mann! Juck die Nase! Was? Juck die Nase! Juck die Nase! Juck die Nase! Alles klar! Okay! Juck die Nase! Alles klar! Ja! Danke! Wir haben jetzt schon wieder zwei Runden verloren! Basti! Ja! Wenn mir die Nase... Die Nase... Ich hoffe zum Lügen, Alter! Das hat immer gesagt! Nein! Ich bin geflea-la-la-la-la-li-la-lu! Wie Papa Da war ja direkt hinter mir Wie geht das denn? Ja, weiß ich nicht. Du standst hinter mir, Basti Ne, ich habe in die anderen geschossen. Der andere würde wohl zwischen den Zügen lang gelaufen sein Und da war der Fehler. Nimm mal 1000 Trilliarden Hat gut angefangen Mit 3.0 Ey, ohne Scheiß, man, weißt du Bin auf seinem Scheiß-Head drauf und geb ihm nur 21 Ja, neun, voll, ne einer war auf dem Zug Auf dem Zug Mich hat man nicht mal gesehen, er schießt schon hierher Ja, der hat dich doch gesehen, weil er auf dem Zug war, Mann Das ist mir verarschen Ach so, auf dem Zug Boah Aber mit der MP läuft das nicht so gut auf der Entfernung Zwei milliardensten Fehler Äh, schwierig Vier Runden verloren jetzt hier hintereinander Ich glaube, wenn wir das verlieren, dann sind wir sogar downdrinked So richtig zumindest Ja, das ist klar, Freunde Wenn wir damit rechnen, dass jetzt einer von hinten kommt Ja, alles klar Er gibt mir einen Jump Ah, das ist vorbei Der hat 50 Der hat noch 50 Ja, das ist doch schön, oder? Ja Bist du hier gestorben? Ich bin hinten gestorben Oh, das ist noch besser Und wo war der? Irgendwo da links Also, ich stand da links drin und der hat mich gerusht Da? Na, auf der linken Seite, da hinten stand... Hintereingang Das ist natürlich echt Schöße Ja, fünf Runden verloren Oh Mann, ey Ja, mal gucken Vielleicht haben wir ja die schnellere Seite Ja, mal gucken Ach du heilige Beide? Einer Aber der trifft Der trifft Ja, klar Und er gibt mir den Headshot Mann ey, was ist denn das? Fehler halt komplett Also, lass uns die Runde verlieren Also, so... So aimen Nee Ganz ehrlich Nee Es ist ja noch echt peinlich Ach man ey, weiße 3 0 auf 3 6 Alter Ich hab den gar nicht gesehen Du hast mir den Arsch gezählt Ich hab ein Leben Gehen Jesu Ach ich weiß nicht, ob man hier eine Linie defuse muss Ja, meine Güte! Hab ich mich erschrocken? Okay, nice. Ich hab mich auch erschrocken, aber es hat gereicht. Oh, es hat gereicht. Ah ja. Ja, das ist tatsächlich die bessere Riftung. Nee, ich hab einfach mal was getroffen. Nee, nein, nein. Wow. Aber verteidigen ist eigentlich immer leichter. Jep, danke. Lul. Da war der Granaten-Kill. Oh, oh, yeah. Und jetzt, meine lieben Freunde, war es das an der Stelle komplett gewesen. Oh nein, oh nein. Ja, hier ist es aber definitiv komplett gewesen, weil jetzt ist die Runde lost. Tschüss, ich hatte nicht gesehen. Smoke! Fire in the hole. Oh, okay. Das sind beide ausmord, oder? Einner ausmord, definitiv. Einner kommt von mir. Gut, den einen lasse ich jetzt einmal kommen und dann taser ich den einfach weg und gut ist. Ich hab's gut bei der Weckholt, oder? Ja, das war auch total Chaos. In der Tat. Oh, scheiße. Der soll hier bloß rankommen. Die wollen mich rushen, glaub ich. Der eine hat geplantet. What? Nein! Wie kann ich den daneben zimmern? Ich seh nix. Der sitzt gelohnt, ja. Oh, mein Bruder! Ich war drauf bei mir. Aufm Arm. Arm? Also bei mir war's ein Bein. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Ja, ich hab's dann nicht mehr gesafen. Und... Terrorist win! Oh, 7 zu 7, ne? Der geht's an einen anderen Spot, ne? Ey, das hat der jetzt nicht gesagt. Also ich geh jetzt hier geradeaus durch und dann da ganz rechts bei den Zügen. Schwürtiger? Ja. Also da, wo ich eigentlich immer... Okay. Naja, ich hab aber. Ich hab aber auch Arme, du Vogel. Ah, ja. Der eine ist nach der andere Seite gelaufen. Ja, klar. Ich werd geflasht und direkt getötet. Ja, jetzt ist er auch geeky. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, was kann ich denn dafür? Hm, bitte, ey. Geil, ey. Wir haben ja viel zu viele Runden verschränkt. Viel zu viele. Erneut. Geil. 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 Die haben Arme, haben sie aufgehoben, ne? Geil. Der ist zu... On-Spot. Oh! Oh! Good job. Oh! Oh! Junge! Ich... Oh, Alter. Oh! Unentschieden. Hartes Stück Brett, ey! Pfff! Boah, knapp. Ja... Wir hätten's eigentlich gewinnen können. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Jo. Du restart. Es war darüber. Du wunderbar. Det 갖고 unsettうん. treatments oder rece polity? Dober. 是什麼.